Guten Tag, mein Name ist Uschi Schulte-Sasse, ich bin 50 Jahre alt und arbeite bei der Firma Inform in Aachen und leite dort den Geschäftsbereich Aviation, der beschäftigt sich mit der Optimierung von Bodenabfertigungen für Flugzeuge. Und Wirtschaftsinformatik ist ja, wie der Name schon sagt, die Zusammenstellung aus Wirtschaftswissenschaften und Informatik und ich glaube, dass zum Beispiel im Bereich von Informations- und Kommunikationssystemen genau diese beiden Bereiche immer mehr zusammenwachsen werden und deswegen Wirtschaftsinformatiker mit dem Fachwissen in beiden Bereichen in Personalunion einfach für Unternehmen sehr wertvoll sind. Die Inform ist ein Softwarehaus, das sich mit Lösungen und Optimierungen von Unternehmensabläufen beschäftigt. Insofern machen wir genau das, was Wirtschaftsinformatik ausmacht. Wir kombinieren Wirtschaftsanwendungen mit Informatik und dann eben ein optimales Ergebnis oder ein nah optimales Ergebnis für den Kunden zu liefern. Bei den Abgängern der FH Aachen wissen wir, dass sie sehr gute Grundlagen vermittelt bekommen haben mit sehr hohem Praxisbezug und das können wir eben sehr gut einsetzen. Also per se glaube ich, dass es für Studenten sehr wichtig ist, dass sie auch neben dem Studium noch andere Erfahrungen sammeln. Natürlich am allerbesten in einem Hewi-Job, der jetzt nah an dem ist, was sie per se auch im Studium studieren, weil man da einfach die Grundlagen, die man im Studium lernt, die Theorie mit der Praxis verknüpfen kann. Ich kann das für Inform sagen, dass wir da auch versuchen, Studenten wirklich in den Bereichen auch einzusetzen, sodass sie auch noch ein Bild davon kriegen können, was bringt mir das Studium, wo kann ich später mein Wissen einsetzen, wie kann ich es einsetzen, was gefällt mir mehr, was gefällt mir weniger. Aber da einfach schon Erfahrungen zu sammeln, auch neben dem Studium, finde ich jetzt persönlich sehr wichtig. Ich glaube, dass genau Wirtschaftsinformatik die Zukunft ist, weil es eben genau die beiden Sachen vereint, dass man sagt, Wirtschaftsanwendungen und Informatik, es wird immer mehr Computerunterstützung in allen Lebensbereichen geben und da ist eben die Wirtschaftsinformatik genau das, was beide Sachen vereint. Vielen Dank. Vielen Dank.